So meine lieben Stizzelmanizzel, da bin ich wieder mit Nier. Und ja, ich hab in der Zwischenzeit mal so ein paar, versucht ein paar Nebenmissionen zu machen. Ich wollte es wirklich machen, damit ihr euch das erspart bleibt. Ich spiele die ja nicht hier während des Let's Plays. Ja, und ihr werdet es nicht glauben, aber ich kann keine Nebenmissionen machen, weil alle möglichen Wege zu Nebenmissionen hier irgendwie abgeschlossen worden sind. Also wirklich zugeschlossen. Man kann nicht in das Dorf von Pascal, wo man hin müsste und... Ach, schlag mich tot. Naja, ist auch wurscht. Oh, was ist denn da? Da wollen sie es mir aber schwer machen, ins Dorf zu kommen. Oh, oh, oh. Was heißt jetzt Dorf ins Widerstandslager, meine ich natürlich. Scheiße, verkackt. Aber da mische ich doch gerne mit. Das gibt ja viel Erfahrungspunkte, auf jeden Fall. Okay. Wir machen die erstmal alle platt. Die Chance muss man doch nutzen. Oder was meint ihr? Ich weiß, dass da immer wieder neue kommen. Ich krieg's ja mit. Ich krieg's ja mit... Wie geht's ja mit... Ich krieg's ja mit. Wie geht's ja... Ich kriege's denn die atomic боль. censorship, Freddy... Jawoll, da haben wir den großen Macker. Da haben wir sie alle kaputt gemacht. Wie geil ist das denn? Ach, guck mal da. Ach, da sind ja noch ganz... Oh, da sind noch die Großen. Und da ist ja noch ein Großer. Ja, okay, komm. Wir versuchen jetzt mal zu unserem Lager durchzukommen. Da ist ja sonst wirklich utopisch hier. Ach so, ach, jetzt muss man wieder so bekloppt irgendwie gehen, ne? Sie wollen uns alle vom Lager fernhalten. Aber nicht mit mir. Gameplayman is on the run. Oh mein Gott, unser Lager brennt. Das ist unverzeihlich. Ichinzehlich. Ja, ich schade. Und da ist ja noch so fast. Ich kann nur aus, als ich zu dir, wenn ich es darum gehe. Und da sind ja alles beim Lager fernhalten. Ja, ich kann nur denonnaise. Ich kann nur viel阻 rates. Und da sind jetzt die Möglichkeit, Wie konnte das passieren? Okay, physische Angriffe, machen wir doch! Oh, einer ist noch da. Gibt's doch nicht. Oh, einer ist die Angriffe. Gibt's doch nicht. Oh, einer ist die Angriffe. Ich mache euch auch alles so kaputt. Ich wünsche euch, ihr werdet nie aus der Kaffeemaschine rausinterpretiert worden. Ja, das kann ich natürlich immer noch nicht aufmachen. Oh, einer ist die Angriffe. Oh, einer ist die Angriffe. So, bin ich jetzt der Chef hier? So, nicht. Oh, einer ist die Angriffe. Du hast unsere Leben. Und was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Sie kamen aus keinem. Und nur... Dann schauen wir doch mal. Aber zuerst speichern wir. Brennen wir halt durchs Feuer hier. Erstmal schnell speichern. So. 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 Oh. So. Geil. So. 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 Oh, ich kann angeln beginnen. So, okay. Ich muss aufpassen, dass ich das Wasser nicht berühre. Destroy the Goliath. Kamikaze! Da ist er wieder, unser Kumpel. All of you are going to die. Einfach im Kreis springen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay. Und jetzt? Uh oh. Und immer wenn du denkst, es ist vorbei. Setzen die noch einen drauf. Begib dich zu Pascals Dorf. Ich weiß den Weg gar nicht mehr. Naja, hier lang wird schon irgendwie richtig sein. Da unten durch die Kanalisation meine ich, oder? Wir können doch eigentlich auch Schnellreise machen. Zumindest in die Nähe. Weiß noch mal in der Nähe von seinem scheiß Dorf da. Ja, der Park, ne? Dann gehen wir durch den Park. Boah, die Musik ist so hammergeil. Da will man eigentlich gar nicht reden, weil man nicht, weil man einfach nicht über die Musik drüber quatschen möchte, oder? Ah, Moment, ist falsch. Ne. Och, wie war denn jetzt nochmal dieser verkackte Weg? Da, das meine ich. Das Tor ist nämlich zu. Und da kann man hier nicht mehr durch zu Pascals Dorf. Jetzt stecke ich fest. Ich stecke fest. Kann die Musik noch so gut sein. Ruinen statt nahe Turm. Da könnte ich natürlich noch versuchen hinzukommen. Ja, machen wir Ruinen statt nahe Turm. Weil daran wäre ich nämlich gescheitert, als ich die Nebenmissionen alle machen wollte. Dass plötzlich alle Wege zu Pascals Dorf dicht waren. Und die Story konnte ich ja nicht weiterspielen, ohne aufzunehmen. Sonst hättet ihr natürlich was verpasst. Und das will ja keiner von uns, dass ihr hier was nicht mitkriegt. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.